Und damit Moin und herzlich Willkommen zur ersten Folge meiner neuen Serie How to make Coins in FIFA 14 und ihr seht schon oben im Titel, heute möchte ich euch also zeigen wie ihr mit den Chemistry Styles ja in relativ kurzer Zeit relativ viele Münzen verdienen könnt. Das Ganze hat bei mir jetzt in den letzten Stunden richtig richtig klasse geklappt, ihr seht oben ich habe knapp 6000 Münzen, knapp 16.000 Tauschertrag, trade allerdings auch noch nicht allzu lange, also ich bin jetzt seit knapp einem Tag sage ich mal unterwegs, wobei ich auch noch arbeiten mache, also das sind eigentlich nur ein paar Stündchen und es läuft richtig richtig gut, deswegen habe ich mir gedacht, hockst du dich mal hin und vor allem, weil mich viele Leute über Facebook jetzt angeschrieben haben und gemeint haben, Mensch Lappi, wie machst du das, wie verdienst du deine Spieler, ich mache das so, ich gehe auf Gold, ich gehe auf 150, das ist ja auch eine Methode, die häufig vorgeschlagen wird, beziehungsweise eine der einfachsten Methoden. 150 gehen, 76 schauen, dann biete ich 300, genau wie er hier und dann kann ich ihn abstoßen für 303 oder was und verdiene mir ein paar Münzchen. Also das ist natürlich eine Methode, die sehr zeitaufwendig ist, beziehungsweise bis man damals seine Münzen zusammen hat, das dauert eine Weile und genau deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, dann hocke ich mich doch mal hin und zeige euch einfach mal meine Methode, wie ich momentan viele Münzen mache. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie lange diese Methode klappen wird, weil einfach der Markt momentan unberechenbar ist, muss man einfach so sagen. In der Web App zum Start von FIFA 14 jetzt, da weiß man noch gar nicht so richtig, was der nächste Tag bringt von dem her. Bei mir klappt es, wie gesagt, momentan recht gut und dann würde ich sagen, quatsche ich jetzt gar nicht recht lange drum rum, sondern wir gucken einfach mal rein, gehen in den Verbrauchsobjektstapel, in die Chemistry Styles und da würde ich euch jetzt empfehlen, ja, das ist eigentlich egal, auf jeden Fall hier bei den Chemistry Styles keinen Top-Chemistry-Style zu nehmen. Zum Beispiel, ich glaube, Jäger ist momentan richtig brutal, genau, der wäre zum Beispiel hier mit 6.000 Münzen Startpreis, also damit hat es keinen Sinn, meinen Trick sozusagen anzuwenden, wenn man es einen Trick nennen kann, sondern ihr guckt euch am besten einen Chemistry-Style an, der zum einen einigermaßen, den es einigermaßen häufig gibt, nicht zu häufig, das ist jetzt schwer zu bestreiben, ich hoffe, ich kriege jetzt gleich mal so einen, wie ich es meine, zum Beispiel Zielwasser, ja, perfekt, so ungefähr von der Menge her, also so zwei Seiten knapp mit Chemistry-Styles, guckt euch einfach mal an, was der Sofortkaufpreis ist, der billigste 1.400, 1.400, ich gehe jetzt, ups, gehe es ja mal jetzt schnell so durch, 1.900, 1.300, okay, 1.200, sprich, ihr könnt diesen Chemistry-Style-Zielwasser jetzt momentan, sage ich mal, also für 1.100, 1.000 rum, sagen wir mal, 1.000 rum verkaufen, das heißt, jetzt gucken wir mal rein, was momentan das Angebot ist, was momentan relativ gut geht, so, 27 Minuten, hier hätten wir schon mal 500, hauen wir mal auf die Beobachtungsliste, 30 Minuten, 5.50 müssten wir bieten, da genauso bei 30 Minuten, und 15 Stunden ist mir jetzt ein bisschen zu lang, guckt euch die an und versucht dann natürlich auch nicht zu viel zu bieten, ich meine jetzt zum Beispiel bei 1.000, auf was würde ich gehen, ich denke mal so, ja, 650, 700 würde ich maximal bieten, denn wie gesagt, das große Problem ist einfach, der Markt ist noch überhaupt nicht berechenbar, sprich, man muss auf der einen Seite ein bisschen was riskieren, um irgendwie was gut machen zu können an Münzen, auf der anderen Seite darf man auch nicht zu viel riskieren, denn du weißt nicht, es kann sein, dass morgen Zielwasser auf einmal nur noch für 700 geht, weil eben viele Leute dann den Preis drücken wollen, jeder nochmal um 50 runter geht, nochmal um 50 runter, nochmal um 50 runter, und dann sieht es richtig schlecht aus für euch wiederum, aber ich denke mal, das ist jetzt auf jeden Fall eine gute Methode, wie gesagt, 650 bis 700 würde ich da jetzt maximal bieten, wenn wir den für knapp 1.000 losbekommen, und dann denke ich mal, kriegen wir da auch auf jeden Fall die Kohle gut zusammen, das wäre jetzt, sage ich mal, dieser Trick, wir können es ja nochmal schnell bei einem anderen probieren, ich schaue jetzt einfach mal, ob ich noch was finde, Zielwasser habe ich genommen, habe ich zwar auch immer ganz cool noch, genau, der war allerdings schon für die etwas Fortgeschrittenen, sage ich mal, hier haben wir zum Beispiel schon mal was, 150, 350, die haue ich zum Beispiel schon mal gleich auf die Beobachtungsliste, hier auch noch 45 Minuten, gut ist es auch immer, aber gut, das werdet ihr euch schon denken, am besten in die Nacht reinbieten, sage ich mal, also kurz bevor ihr ins Bett geht, einfach nochmal schnell gucken, wenn jetzt einer um 3 Uhr, 4 Uhr ausläuft, da nochmal was drauf bieten, dann könnt ihr Glück haben und den letztendlich auch kriegen, beziehungsweise ihr habt einfach bessere Chancen, so mache ich es zum Beispiel auch immer, haben jetzt den habe ich, so, jetzt gucken wir nochmal schnell, für wie viel der geht, nochmal 2.500, ne, dann sind es viel mehr, 3.000, ja, 2.700, also 2.700, sprich, ihr könnt ihn, sage ich mal, für 2.500 reinstellen, ich rechne immer 100 ab, damit man einfach ein bisschen Differenz hat, ein bisschen Puffer, sprich für 2.500 könnt ihr momentan Habicht verkaufen, ihr könnt auch, was auch immer noch ganz gut ist, vorher mal gucken, euch einfach mal zum Beispiel die ersten 3 auf die Beobachtungsliste hauen, also die jetzt zum Beispiel nicht übertrieben teuer sind, den hier zum Beispiel nicht, weil den wird jetzt keiner kaufen, denke ich, aber so 3, die den Normalpreis haben, auf die Beobachtungsliste hauen und dann einfach mal gucken, ob die überhaupt weggehen und das so ein bisschen beobachten, sage ich mal, so 2 Perioden, wenn man so will, sprich 2 mal, wenn sie auslaufen, ob das klappt, ob die jemand kauft und wenn sie jemand kauft, dann habt ihr natürlich gute Möglichkeiten, die dann als billigsten Sofortkaufpreis anzubieten und dann wieder gewinnbringend weiter zu verkaufen, sprich, wir haben jetzt zum Beispiel hier in der Beobachtungsliste, wir haben es ja angesprochen, Zielwasser haben wir 3 mal, da haben wir gesagt, machen wir, was haben wir? 1000, glaube ich, ne? Sprich, da würden wir höchstens 600, äh, 700 bieten, alle höchstens, würde ich sagen, und sie dann für 1000 direkt reinstellen. Man muss auch aufpassen, ne, dass man, dass man nicht zu gierig ist. Das ist auch immer ein bisschen mein Problem, wenn ich die dann wieder auf die, auf die Transferliste stell, beziehungsweise halt eben anbiete, dann bin ich manchmal zu gierig, dann muss man sich auch mit kleinen Dingen zurecht oder zufrieden geben, wenn man so will, ähm, und darf dann nicht zu viel fordern. Also dann macht lieber auch 1000 nur anstatt 1100, denn das kann sich, wie gesagt, ganz schnell wieder drehen, da ist der, der Markt noch unberechenbar. Das andere bei dem, bei dem hab ich hier, da könnten wir Glück haben, da können wir richtig Glück haben, müssen da gucken, dass wir die kriegen. Okay, wir haben, da haben wir noch einen, was habe ich hier noch? Auch nochmal hab ich, zwei Stunden sogar, 500, 800, wäre auch absolut in Ordnung, ne? Klar. Und dann einfach drauf bieten, wie gesagt, wenn es geht, in die Nacht rein, bei mir ist es jetzt gerade, ich guck mal auf meine Uhr, Zähne, das wäre so um 3,25, 11, gut, das ist noch nicht in der Nacht drin, da werden sicherlich noch einige wach sein und was drauf bieten. Aber das würde ich sagen, war es jetzt erstmal mit diesem Tipp, ähm, für die Chemistry Styles, einfach raus, äh, Chemistry Styles raussuchen, die nicht ganz so teuer sind, die einigermaßen häufig, äh, vertreten sind auf der Transferliste, aber auch nicht zu häufig, eben wie gesagt, so zwei Seiten lang, ähm, und dann einfach paar billige raussuchen, denn das große Manko oder das große Plus eigentlich, nicht das große Manko, das große Plus ist, dass eben viele, ähm, die momentan traden, versuchen, das Ganze über Spieler herzustellen und dadurch wenige Leute hier in die Verbrauchsobjekte beziehungsweise auch in die Vereinsobjekte schauen und da versuchen zu traden, sprich, das ist eure Möglichkeit, weil ihr da nicht so viele Gegner habt, ähm, die mitbieten, denn ihr seht es ja auch, wenn ihr einfach mal hier reingeht bei Spieler 150, äh, da brauchst du nicht mal hingucken, dann ist der schon weg, schaut euch das an, da brauchst du nur draufklicken, dann wird dir schon geboten, natürlich jetzt gerade nicht, Thiago auch nicht, Mikel auch nicht, okay, da wird nicht geboten, nee, aber kennt er ja selbst, ich denke mal, ein paar werden die Methode gemacht haben, ich muss ja zugeben, ich gibt's ja, oder ich mach's ja manchmal über Nacht auch, wenn ich noch ein paar Münzen hab und ich weiß, was ich machen soll, beziehungsweise keine Lust mehr hab, dann mach ich da auch schnell die Methode, guck mir die für 600 an, ähm, zum Beispiel jetzt hier Badstuber bietet 600 drauf und guck dann am Morgen, ob was passiert ist und mit ein bisschen Glück kriegt man vielleicht mal einen, aber ich denke, das ist eher zeitaufwendiger und nicht ganz so sinnvoll, was dann letztendlich das Geldverdienen angeht, in dem Sinn, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge, mein Tipp mit den Chemistry Styles, ihr könnt ja gerne mal unter die Videos schreiben oder unter das Video schreiben, ob's bei euch auch geklappt hat, ich würde mich auf jeden Fall freuen, macht's gut, tradet schön und ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und ich sag bis dahin, euer Badeschlappen, Servus!